Yo, yo, herzlich willkommen meine Freunde hier bei SwissBaster und Call of Duty Warzone. Ich zeige euch mal jetzt den geilsten Lootplatz, den ich kenne. Und der ist hier hinten bei diesen drei Oasen. Let's fetch. Ja, dann fliegen wir mal dahin, schauen ob da noch andere, der fliegt vielleicht auch dahin. Mal schauen. Yo. Yes, Superman. Yo. Hat's noch einen anderen hier? Nö. Ja, so sieht man auch besser, wenn jemand hier ist. Jetzt schauen wir mal, wo hier ein Loot ist. Hier ist ein Loot. Jo, einmal Loot. Und wir haben bereits 3500 Dollar und einen Mörserschlag. Drei Opl. Drei Opl. Drei Oplplatten haben wir auch. Jetzt haben wir zweimal Mörserschläge. Und... Was haben wir hier noch? Und... Oh, wir weiter. Zum nächsten. Zum nächsten. Der nächste ist hier oben. Hopp. Was haben wir hier? Noch ein Mörserschlag. Jetzt haben wir... Nachher eine geile Knarre. Jo. Ziemlich gut ausgerüstet hier. Gehen wir nachher nach vorne. Wir sind eigentlich immer am gleichen Platz. Und hier vorne ist noch so ein cooles Plätzchen. Das ist leer. Genau. Okay. So. Und ja, hier ist ein Lootplatz. Hier. So. 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 Nix hier. Okay. Okay. So. Nehmen wir mit, oder? So. So. Jetzt haben wir 5500... N'n Dollar. N'n Dollar. Zwei bereits gekillt. Uuuuh. Okay. Jetzt haben wir bereits 7500 Dollar. wo hat es noch so ein loot ja hinten ist noch ein plätzchen derup Bis zum nächsten Mal.